Guten Morgen zusammen. Halb sieben Uhr Sonntagfrüh. Ich bin jetzt hier gerade im Keller von unserem Haus. Da ist ein Schwimmbad im Keller. Ich habe hier vorher die Akustik und hier ist gerade niemand. Deswegen nutze ich das kurz aus. Ich nehme mal ein bisschen Kapitalentbrot auf und dann springe ich noch mal runter ins Wasser. Das war es nachher wieder so heiß wird, aber jetzt arbeite ich erstmal kurz was. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war der erste Klassiker, noch ein größerer Klassiker. So, das war der erste 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 Klassiker.